We are not turn away now We are the warriors that build this town Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Wargare Technik Heute zeige ich euch mal was im Mega Wargare Und zwar ist hier aus irgendeinem Grund der Alarm an Okay, das juckt uns nicht Wir machen hier einfach mal alles kaputt, weil das ist ja schließlich das Original Denn wir werden heute ganz viel zerstören Ja, ich dachte mir, wir zerstören einfach mal das Mega Wargare Moment, das leckt mir hier ein gerade ein bisschen zu sehr, sorry Nein, natürlich ist das nicht das Original Ich habe hier das ganze Ding einmal kopiert, deswegen bug das auch so Zu den Bugs sagen wir dann bei Fertigstellung nochmal was Da habt ihr gerade, na, seht ihr gerade ein bisschen was von der Rückseite Da hat er so cool schon mal ein bisschen angefangen Und an der Seite sind hier nochmal riesen Ketten Die ganze Seite wird aber nochmal angepasst Darum geht es aber heute nicht Sondern es geht um dieses kleine Schmuckstück Schmuckstück, denn es ist, wie vielleicht der eine oder andere weiß Oder erkennen kann Eine TNT-Batterie Welche im Mega Wargare nicht nur einmal platziert ist Sondern des öfteren Und dazu schauen wir uns einmal eben eine Funktion im Mega Wargare an Und zwar ist die, Moment, was ihr schon kennt, ist der HST Der Hochsicherheitstrakt Gut, hier ist jetzt alles zu Hier hat man ein paar wenige Funktionen Die Hauptcard ist deaktiviert, weil hier sozusagen ein Alarm registriert wurde Wie auch immer, darauf will ich jetzt nicht eingehen Wie gesagt, ist es ein bisschen verbuggt Und zwar kann man hier den Einringling des HST manuell aktivieren Den habe ich jetzt hier gerade eben kaputt gemacht Aber dann geht hier unten ein Shot auf So, dann fällt man hier durch Hier ist, wie gesagt, alles verbuggt Und kann sich dann als schöner Angreifer hier durchbuddeln Wann das hier zugeht, zeige ich auch gleich nochmal Das hier ist nämlich dann sozusagen der letzte Schutz Vor sozusagen dem Fliehen Vor dem Angreifer, der ja gerade das Mega Wargare dann erobert Hier hat man dann einmal Moment mal, läuft das schon? Das fände ich jetzt mal interessant Ne, läuft nicht, aber Aus irgendeinem Grund Okay, aus irgendeinem Grund ist das hier ein bisschen verbuggt Wie auch immer Und zwar ist das hier eine Ereignisanzeige für die Selbstzerstörung Denn es haben sich natürlich auch welche Die Selbstzerstörung gewünscht Und hier kann man die einfach mal aktivieren Wir werden das gleich mal hier ausprobieren Wie das denn aussieht Ich habe das selbst noch nicht probiert Ich habe aber auch nur die zentralen Selbstzerstörungsmodule platziert Diese Funktion kann man allerdings nur aktivieren Wenn schon mal Hauptkarte und sowas aktiviert wurde Und wenn man einmal legalerweise in den HST reingehen konnte Die ganzen Bedingungen, um in den HST zu kommen Erklären wir irgendwann nochmal im anderen Video Gut, jetzt haben wir hier einmal die Funktion Selbstzerstörung aktivieren Und hier die Selbstzerstörung deaktivieren Und diese Anzeige hier Denn, das ist Müll Selbstzerstörung in 2 Minuten 30 Selbstzerstörung in 1 Minute 30 Und Selbstzerstörung aktiv Kein Reset mehr möglich Denn das hier ist Die Selbstzerstörung kann man natürlich auch deaktivieren Aber nach 1 Minute 30 Beziehungsweise ein bisschen danach Ist die Selbstzerstörung nicht mehr deaktivierbar Gut, also was mit dem Rest auf sich hat Erklären wir, wie gesagt, nochmal im anderen Video Und hier zeige ich euch einmal, wie das Ganze funktioniert Hier haben wir einmal eine Rapid Clock Die funktioniert einfach so Mit einem Comparator Das geht dann hier ins TNT rein Dass die hier ein bisschen verstellt sind Ist nicht gewollt, aber es liegt am Kopieren So, da wurde ich gerade einmal ganz kurz gestört Also, warum die hier nicht gerade sind Ist wegen dem Kopieren Und Deswegen haben wir das jetzt einfach mal so gemacht Das ist auch nur ein Beispiel Ich glaube, im Original werden wir das nochmal richten Mal sehen, wie da die Möglichkeiten sind Weil Mein Handy nervt Weil Wir müssen dann ja in die Panzerung rein und so Und dann ist das mit dem Umdrehen dieser Dinger Gerade mit TNT drin Verdammt schwer Noch eine kleine Info Naja, das erzähle ich gleich einfach Wir würden sagen, wir werfen das Ding einmal an Wie gesagt, das Signal geht hier runter Es kommt hier mit einem Tick Verzögerung hier unten an Und mit zwei Ticks Verzögerung hier an Das heißt Die haben drei unterschiedliche Zündungen Und dann ist das hier eine Rapid Clock Also, ich zeige das einfach mal So, ist auf jeden Fall Einiges an TNT Wird der Top Ja, und das ist so die Explosion Das ist natürlich Auf den ersten Blick jetzt nicht mal so heftig Aber wenn man sich überlegt Dass das jetzt in der Panzerung noch drin ist Klar, das TNT fliegt nicht so weit Aber es macht Deutlich mehr Schaden Also Ja gut, an solcher Beispiel gesprochen Wir werden das jetzt einmal ausprobieren Hier leckt es ein wenig Weil wahrscheinlich auch einige Signale in der Brücke an sind Nicht wundern, dass hier Wasser ist Hier stand vorher genau die gleiche Version Ich war so faul und habe es einfach drüber gepastet Äh, joa Ähm Wie man hier unschwer erkennen kann Äh, so, ist hier irgendwas aktiv? Tatsächlich nicht, okay Ähm, egal Gut, diese Module befinden sich Ähm, hauptsächlich zentral Äh, das fängt an mit Einem hier unten, glaube ich Äh, ja, hier Genau Das Signal kommt von Ja, von Hier hoch Und das wird von Diesem, äh, Counter hier ausgelöst Der zählt ein paar Items Ich weiß jetzt gerade ehrlich gesagt nicht wie viele Aber einige Items Sodass nach Gewisser Zeit Ähm Die, äh Äh, die Also nach einer ganzen Zeit Nach irgendwie so um die zwei Minuten Diese, äh, Schleife hier aktiviert wird Und hier ist keine einzige Fackel zwischen Was ich halt noch sagen wollte Das heißt, egal wie zerstört das Megaboggy ist Es kann sich nicht automatisch auslösen Es sei denn Diese Fackel hier geht abut Also, äh, beziehungsweise dieses Redstone hier Diese beiden hier, die sind sehr, äh, anfällig Sag ich jetzt mal Also wenn die zerstört werden Wird auch das Megaboggy zerstört Aber, wenn hier TNT hinkommt Ist das glaube ich komplett vergessen Ähm Für alle natürlich Die Griefer Das befindet sich genau hier Ähm So, das Signal geht hier hoch Und geht dann in die erste Batterie hier rein Die habe ich jetzt nicht befüllt Weil ich nur einmal den Effekt Bei den Zentralen zeigen wollte Weil hier hinten, ganz ehrlich Hier ist ja nichts wirklich Wichtiges Also, klar, hier ist der HST Aber der würde dann sowieso nicht mehr stehen Ähm, hier haben wir eine Batterie Dann haben wir etwas weiter höher Äh, da noch eine Batterie Dann splittet sich das Signal in zwei Richtungen auf Dann haben wir hier noch eine Batterie Also, das gleiche auf der linken Seite Das heißt, wir haben eins, zwei, drei Batterien auf der Rückseite Von den beiden rechten und linken Geht es dann nach hinten in die hier Und dann nochmal ein ganzes Stück weiter in diese hier Dann ist man auch schon tatsächlich relativ weit Und zwar ist man hier glaube ich dann Gerade wo, schauen wir doch einmal nach Ach genau, da ist man hier rechts neben dem Ne, unter dem Hangar Genau, also das hier ist, äh, hier drüber ist der Hangar Direkt hier neben ist, äh, stehen Flugzeuge Genau Ähm, gut, da werden halt hier drunter diese, äh, riesen Diese normalen Kanonen hier zerstört Ähm, habe ich halt gemacht, dass, äh, das ist wichtig Also, dass da wenigstens ein paar Kanonen auch defekt gehen Ähm, dass hier Sand liegt, äh, muss euch nicht interessieren Äh, ach ja, genau, sorry, ich hatte, äh, ihr hattet mich gefragt, ob ich denn mal, äh, Augenkrebs hier, ob ich denn mal, äh, die Nachtsicht anmachen soll Habe ich jetzt mal gemacht Ihr seht, jetzt habe ich auch wieder 60 FPS Ich habe ja vorher mit, äh, wer es wissen will Dem, äh, Cuda Shaders, äh, Medium V5 aufgenommen Äh, finde ich richtig nice Der sieht auch richtig geil bei Megawalker aus Also wer das benutzen kann Mit dem Shader, äh, schauen wir, ob es gut aussieht Ähm, gut, das gleiche finden wir auf der linken Seite nochmal Dann war es das natürlich noch nicht Nein, äh, das, was wir jetzt noch nicht verkabelt haben Und das, was ich euch jetzt hauptsächlich zeigen will Ist hier diese Ecke Oh, es sieht so scheiße einfach aus Ohne, äh, ohne Shader, sorry, aber es ist so Und zwar haben wir hier eins Über den Befehl Ein- und Ausgaben Von, äh, ähm, von der Zentrale, also von der Brücke Und über einer Kanone Und hier am roten Bereich direkt Äh, da wo auch diese TNT-Station ist Äh, passend dazu haben wir natürlich auch dann gleich sowas hier Ähm, dann hier ist nochmal ein anderer Alarm Aber den zeigen wir gleich nochmal Das ist ein Alarm, der geht durchs ganze Megawalker Dann haben wir hier nochmal eine Da, da und da Heißt, ihr seht es wahrscheinlich Es soll hauptsächlich die Zentrale zerstören Und halt das, was wirklich effektiv hier drum ist Weil ganz ehrlich, hier sind so viele Kanonen drüber Also hier, was hier drunter ist Äh, wäre die gesamte grüne Etage Ähm, glaube ich Also hier oben, weiß ich nicht, ob hier noch was hinkommt Aber, äh, mal direkt hier runter gucken Hier drüber ist Äh, die, ja, gut Ähm, was davon zerstört wird, weiß ich jetzt nicht Aber, äh, ich glaube einiges Ähm, gut, hier auch nochmal das gleiche wie auf der anderen Seite Und hier der zentrale Punkt für die Brücke Und das gräbt sich halt wirklich weit runter, ne Ich habe das, wie gesagt, noch nicht getestet Aber ich gehe immer stark davon aus Und wenn wir hier genau runter schauen Ist genau hier drüber, äh, sozusagen die, äh, Batterie Und ich würde sagen, wir schmeißen das einfach mal an Wie gesagt, ich habe es noch nicht, äh, getestet Und, äh, ich würde sagen Wir machen es einfach mal auf gut Glück Und schmeißen das mal an, ne Es lag auf jeden Fall jetzt deutlich Und da wird was nicht aktiviert Okay, das war jetzt ein bisschen peinlich Ähm, okay Also wir haben gesehen, dass diese hier nicht aktiviert wurden Warum, weiß ich nicht Wahrscheinlich wieder ein peinlicher Fehler von mir Aber wir können uns das hier anschauen Denn die hier wurde aktiviert Das heißt, die Kanone ist schon mal im Arsch Und große Teile der Brücke sind auf jeden Fall angekratzt In die Brücke läuft Wasser rein Meine Güte, total ist Chaos Ähm, gerade das Wasser macht halt auch aus Dass die gesamte Technik zerstört wird Und dass das, ähm, Megawoggy danach natürlich unbrauchbar ist Ähm, wurde diese Batterie hier hinten angekratzt? Nein Dann können wir die auch mal gleich mal ausprobieren So Schauen wir mal, was die anrichtet Ja, sie kommt tatsächlich auch Ja, sie hat tatsächlich auch ein paar Befehlelemente zerstört Gut, ähm, ich wollte euch einfach mal mit diesem Video zeigen Was wir hier gerade noch so zentral am Bauen waren Was ihr noch nicht gesehen habt Ähm Ja, wir sind fleißig am Panzern Ich kann nochmal gerade zeigen Wir haben Offscreen ein bisschen gepanzert Ähm Gut, das ist hier verdammt schwer Ich gehe einfach mal ins Original Ähm So Schauen wir mal Oh, sorry Leute Ich mache die Shader wieder rein Das ist einfach Ähm Das geht so nicht Fett Äh, gut Ja, tatsächlich Wir haben bis hierhin schon gepanzert Das ist, äh Kurz vor der Brücke Und zwar Was an Technik wirklich zu panzern ist Hier unten Bis Das sieht jetzt echt lächerlich aus Äh Bis hier Also hier ist so gerade da Wo, äh Das Megaroge seine volle Höhe Wirklich erreicht hat Und dieser gesamte Teil muss noch gepanzert werden Aber was man sagen muss Da sind Endstone zu sehen Egal Ähm Was man sagen muss Ähm Was hier so kommt Ist nicht so schwer Also das meiste Was wirklich, äh Schwierig zu panzern ist Ist sowas hier zum Beispiel Das hier ist nämlich, äh Die Verteilung der Blockierelemente Für die gesamten Trakte Weil Trakt Trakte Trakt Ich weiß nicht mehr Zeit von Trakt nicht Tut mir leid Ähm Und zwar kann man hier ja Äh Die unterschiedlichen Bereiche abschotten Hier Mit diesem Befehl Dingern Und, äh Das ist die Verteilung dafür Und sowas ist natürlich Mega schwer Zu panzern Auch noch Extrem schwer Das kann ich mir eben zeigen Wird Äh Das hier Inwiefern wir das Komplett panzern Weiß ich noch nicht Weil Das ist einfach so viel Zeug Also Äh Das ist echt übel Auch über der Brücke Ist halt Äh Relativ krass Hier sind wir schon Im Reaktor Ähm Über der Brücke Wäre irgendwo da Hm Da wollen wir jetzt Irgendwie gerade nicht hin So Dahin will ich Ja genau Also hier ist äh Ziemliches Kabelchaos Also Ich weiß nicht Ich selbst hab nicht mehr so Wirklich den Überblick Aber Ich denke das kriegen wir schon Alles gepanzert Und wie gesagt Wenn wir Das hier unten einmal Gepanzert haben Dann ist das hier oben Ich meine das sind so viele freie Flächen Das ist echt nicht mehr schwer Und Gott sei Dank Gibt es ja WorldEdit Von daher Ja Na gut Damit würde ich dann Äh Gerne dieses Video Äh Beenden Und äh Ich würde sagen Wir sehen uns In einem anderen Video Wieder Und wenn euch das Video Gefallen hat Dann lasst nochmal Eben ein Like da Und wenn ihr uns noch nicht Abonniert habt Dann könnt ihr das sehr gerne tun Wir freuen uns darüber Auf jeden Fall Sehr Und dann würden wir sagen Ciao bis zum anderen Video Bis zum anderen Video